So, wir sind bei der Arabischen Elternunion hier in Berlin. Bei mir ist El Hussein. El Hussein, was ist die Arabische Elternunion? Die Arabische Elternunion ist ein Kulturprojekt, der seit 1989 gegründet wurde im Nachbarschaftshaus. Wir arbeiten mit Eltern zusammen und mit Schulen im Rahmen unserer Aufklärungsarbeit für die Eltern und zusammen mit Schulen, zum Beispiel Elternsprechstunde, Elternarbeit und Elterngruppen, Vätergruppe. Wir geben Beratung, wir machen Deutschkurs und Fortbildung für Jugendliche hauptsächlich. Wir machen ja gerade eine Tour, da geht es um selbstbestimmtes Leben. Wenn ihr an selbstbestimmtes Leben denkt, an was denkt ihr da an Bestundes? Die Hürden, zum Beispiel diese Hürden, müssen wir überwinden, zum Beispiel, dass man ein freies Leben hat, ohne Hürden und Angebote für Jugendliche, für Eltern, dass man zum Beispiel keine Benachteiligung hat und dass man zum Beispiel Teilhabe an der Gesellschaft zusammen mit der Aufnahmegesellschaft. Und wenn ihr jetzt noch konkrete Forderungen habt, wir kommen jetzt gerade als Politiker hier vorbei und als Grüne Partei, so konkrete Forderungen an uns für ein selbstbestimmtes Leben, was wäre das dann? Also, mehr Angebote im Flüchtlingsbereich, also intensiv Deutschkurs, weiter Angebote geben, Berufe, Deutschkurs für Berufe, und also Weiterbildung und viele Angebote im Bereich Ausbildung für Jugendliche und für Erwachsene. Ja, perfekt. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Danke für die ganzen Informationen. Schönen Tag noch.